oh das auto haben timmy turners eltern gefahren da war wohl was hinter was geht wie viel heute runde eine runde watchdogs genau und zwar haben wir hier ein verbrechen vor uns da fahren wir einfach mal hin jan christoph hat sein auto schon irgendwie schrott gefahren ich werde zwei meter gefahren aber egal wir müssen ja unseren ruf auch immer wieder so ein bisschen ausbessern das auto haben wir uns vor zehn sekunden geholt und jetzt ist es wieder schrott geheime polizei informant wieso opfer oder verbrecher ich glaube der jetzt x drücken ich drücke doch schon idiot wir sind x geteilt potenzielles opfer ok bist du vielleicht der täter ne ja kommt da mit seinem schweißgerät an boah alter guck ihn mal wieder an ok versteck mich mal irgendwo hier ist marschel das ist ein geiles erstreck bist du etwa der täter ja wird aber sein verbrechen ist wahrscheinlich ja 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 jetzt 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 ooooh renn 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 los stopp ooooh man muss ja schneller als wir hier ist feuerwehr alter los los renn renn du hast einen einsatz los ah ne ja du wolltest gerade sprengen ich hatte den ich bin ja schon auf x gehabt aber ich hab's gesehen und dann dachtest was ey ruf nicht an ruf nicht an ja ok perfekt das geht sogar richtig geil sonst haben wir den mal getötet ne und dann ne ist ja auch nur neutralisieren ne unverletzt mein lieber ne opfer unverletzt ja der hat nur so trinkspiele ich mach trinkspiele aber sofort bei trinkspielen da das ist so geil das macht mir so der bespaß bei den christoph opf ich glaub du musstest da in die pizzeria rein ja trinken und keine pizzer siehst du ist das in der pizzeria oder was ach so ok das ist ja diese ganz ekelhafte ne wo ich auch steildinger trinke oder steil keine ahnung ey wenn die sich wenigstens ein bisschen verbessern würden runde 2 wird das eigentlich mal schwieriger ich hab keine ahnung da bin ich aber ganz andere trinker ja 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 jetzt gucken wir mal dieses asiatische zeugs da fang fang ok mit a äh mit äh muss ja a b x und x das war leicht die erste runde gar kein problem nächste runde war ganz leicht auf die test runde lecker und die ablenken so a b y und x ich werde immer besser ja naja wir sind alte Freunde ich würde es besser finden wenn sie den untertitel nicht sofort anzeigen würden sondern erst wenn er anfängt vor allem mir ist auch aufgefallen dass der eigentlich richtig asynchron ist der kommt dann irgendwie schon eine sekunde zu früh oder zu spät er muss erst dann anfangen wenn er dann echt oder kurz davor bevor er anfängt zu reden also die untertitel sind so eine sache ne aber wir lassen natürlich nur für euch an weil wir können den gamesmodell jetzt nicht auf ultralaut drehen ne und da jede einzelne stelle wo sowas ist rauszuschneiden das ist einfach so viel arbeit ganz im ernst das kann man nicht machen was bedeutet das symbol da unten eigentlich dass da noch so irgendwas verlinkt ist dass der dann einen neuen freischallt ist und da haben wir ihn das war ja noch super einfach ey wo ist denn hier irgendwie das äh der schwere daran das asiatische zeug das haut einfach nicht rein die kartoffel haut da mehr rein ich glaube wir haben schon so viel getrunken wir sind schon immun wie gesagt ne aber komm 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 x b es soll alles in der aufzeit gehen und b wir haben ja noch noch die hälfte zeit um das alles zu 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 äh anzuknicken anzuknicken also langsam verschwimmt hier alles ich hab noch nie mal mein rettungsum weil das ist das Problem dabei weil das ist neu hier mit diesen beweglichen dingern dann lässt er auch runter nein ich war nicht dicht bis am besten nicht mehr ganz dicht vorgeschaltet trinkspiel runde 3 alter ey die gegner sind so schwach das war so leicht ich hab die schwierigkeit hier nicht dran gesehen erst mal was einkaufen und eine bierflasche 10 dollar willst du mich verarschen ist halt teuer 10 dollar ist halt teuer die flasche steht da doch noch äh äh back hä wir trinken bier und sind immer halt dicht oder was was brauchst du ja ein bier los wenn dir noch was fehlt ich bin hier ja nigger äh 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 da kannst du mir nichts kannst du mir nichts vernünftiges geben oder was ich setz mich jetzt hinten und guck da hoch das ist nur ein bier so geh mal raus und äh schnitz also schnitzel ich hab schnitzelex weiter gelesen was ist das Symbol unten links auf der Karte diese diese Figur da oder hier diese Burg da ja ist das Schach glaub schon City Games fetten ja komm das können wir auch nochmal machen ja ich find's so geil so Minigames hier hin zum Spiel ganz im Ernst das ist so verdammt geil das ist cool gemacht ja und das Auto find ich auch richtig geil sehr sehr geil auch wenn's äh von der Empfindlichkeit ziemlich es hätte sich eigentlich schnell kaputt geht ja eigentlich gar nicht da kommst du nicht durch weil es fährt sich einfach richtig gut ey wenn man denn durchkommt jetzt vielleicht mit dem Mucki Auto noch mehr Chancen aber okay es kommt drauf an also wenn du warte ist der hier oder steht da auf da steht ah da steht auf der Straße ne ja wenn du aber eine sehr hohe Geschwindigkeit drauf hast dann ist der auch unberechenbar unberechenbar hm Glasbläser ich geh ja nur Tee eh 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 Tüchchenspiel werden wir mal wieder verarscht ne verarscht werden wir da okay da ist er oh die ist man nicht in der Mitte okay gar nicht gut finde mein Nüsschen meine linke Nuss hier so hey Joshi erst in der Mitte er ist in der Mitte ja er ist links in der Mitte rechts Mitte links ja hol dir gerne noch einen runter egal mein Bauchgefühl sagt links ja natürlich ist er da ja ne wollt ihr ein bisschen wie hast du wie hast wie 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 gewinnen richtig geraten oh wir haben schon fast wieder gleich äh 20.000 mach mal erneut erneut spielen ja kann ich ich will es nicht verarscht ich träume sonst verlierst du ja okay Runde 2 ich glaube er verarscht uns wieder denke ich ehrlich gesagt auch erst in der Mitte Joshi ja das das habe ich auch gesehen erst links okay Mitte rechts Mitte rechts links wie lange diese Animation wurde jedes Mal gedroht hat Alter ich glaube der hat nee der hat uns verarscht der hat das glaube ich auch ich glaube das ist rechts es ist ganz recht ja hat er wahrscheinlich gemacht als er so gegengestoßen hat oder ja als er gegengestoßen hat da hat er ah dieser kleine Asie soll ich den mal soll ich den mal töten nein musst du erst noch warm werden was wo alle guten Dinge sind drei mal nochmal okay warte ah ich will aber mach mal das und dann machst du Stufe 1 machen wir jetzt nochmal 2 kann ich doch nicht ja mach jetzt nochmal Stufe 1 und danach spielen wir noch eine Runde okay jetzt ist ja noch leicht aber im zweiten Verarschstands nennen wir mhm wir müssen einfach drauf achten wo er dann gegenfistet ich habe gar nicht drauf geachtet scheiße ich habe rechts oder ja rechts 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 ich habe gerade ich habe gerade gar nicht drauf geachtet ach du scheiße der hat gefurzt oh 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 nein das ist das Spiel nein das war der Hund oh okay weiter geht's das putzt nur so so bestätigen ich kann auf die Plätze fertig fertig so dann bitte ist er so okay ganz links links rechts jetzt ist er äh rechts ja rechts ist er man sogar für den Bruchteil eines Frames gesehen da oder ja wie ja wie die cool rüber ging das ja da gut gemacht mein Freund gemacht werden richtig geraten hm ich mache jetzt nochmal ein Neutspiel nochmal du hast mich noch ne Runde guck mal ich kann immer mal nicht die Stufe verändern oder so mach mal ein Neutspiel also doch da Runde 3 oder ich stehe da ja nur die Stufe 1 okay so in der Mitte ist er mhm wir haben eine Mitte rechts rechts oh jetzt ist er rechts ja links oh jetzt er ist rechts Mitte ich glaub Mitte ich weiß nicht ich würde links sagen aber mach mal bitte bitte ah das gibt's noch nicht oh ja nein ich hätte echt gedacht ne oh wenn ich jetzt aber ein Neutspieler machte ja ne machen wir was anderes ne ja ich mache es dick ausländer ausländer Mülltonne cool gemacht du kannst verklettern Mülltonne ja kannst du nicht mitnehmen ich will der Mülltonnenkönig sein bist du jetzt Immobilienverkäufer ne warte ich will Mülltonnenkönig sein ey ja ey ja ey ja ich wollte mal guck mal auf die Karte guck mal auf die Karte guck mal auf die Karte mach ich auch nicht ich hole mal eben Geld würde ich sagen ne sollen wir machen äh Verbrechen ja ich denke das Verbrechen machen wir jetzt noch ne ne oh das Auto haben Timmy Turners Eltern gefahren what da war wohl was hinter ja geil ey sieht gut aus das Ding ne ich komme ich bin Polizei so links das Auto sieht jetzt nicht gerade toll aus aber egal Hinschirn mit dem Holz ne das ist richtig geil ich finde das nicht so ich würde es mir jetzt nicht unbedingt kaufen wieso sieht auch richtig geil aus oder lieber würde ich mal einen Geländewagen holen oder so ein SUV und ein Reis rein hallo Opfer ich glaube die Person die wir da sehen die ist es wahrscheinlich schon hallo du Opfer geht's gut ich glaube ich muss einmal ganz nah ran so jetzt kann ich mich hinterm Auto verstecken würde ich sagen du kannst warte ich ich wäre ganz gerne schon in der Nähe ne hier da ist der Täter überhaupt nicht auffällig nein das ist der Täter oh okay ich glaube du musst gehen um die Ecke schnell eingreifen 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 und schnell für die nicht verzieh dich man don't kill him und ja perfekt buch 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 so in lp 1 2 3 ja verbesserst schon wieder sind wir natürlich nicht vergessen sind wir jetzt immer noch Hooligan nein Archist yes und dann würde ich sagen guck mal auf die Karte jetzt schnell ja ich bin erstmal nein guck auf die Karte guck auf die Karte was ist das da und wir machen jetzt in der nächsten Folge ein Gangversteck in der letzten Folge machen wir Gangversteck genau einmal was richtig hartes noch noch was richtig hartes zum Schluss ich denke ab und zu werden nochmal so ein paar Folgen 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 ja aber nicht so immer so einfach so spontan nämlich weil ihr seht was es hier noch alles gibt und ihr seht was es hier noch alles gibt wir werden das Gangversteck machen in der nächsten Folge und dann haut rein und ciao ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal